. Die erste Übung mit 9,5 Punkten einverzüglich. Die erste Übung mit 9,5 Punkten einverzüglich. Die nächste Übung mit 10,5 Punkten einverzüglich. Die erste Übung mit 8,5 Punkten einverzüglich. Und es geht weiter mit der Freifolge. Die erste Übung mit 9,5 Punkten einverzüglich. Die erste Übung mit 10,5 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 Punkten einverzüglich. Super schöne Huber. 10 Punkte. 8 Punkte für den Apport. Die Distanzkontrolle. 10 Punkte. Die Distanzkontrolle. Die Distanzkontrolle. Die Distanzkontrolle. Die Distanzkontrolle. Die Distanzkontrolle. Schön, schön, 10 Punkte. Auch hier 10 Punkte und der Gesamteindruck 5 Punkte.